Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Streaming-Welt ist erneut im Wandel. Genauer gesagt, ab dem 29. August startet die zweite Staffel der Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, exklusiv auf Prime. Und nicht nur mit einer Episode, sondern auf einen Schlag erscheinen drei Folgen, also fast die Hälfte der gesamten zweiten Staffel. Damit beglückt Amazon die Fans oder aber auch Kritiker der ersten Staffel, die ja nicht so ganz unumstritten war, auch hier bei uns im Podcast. Und ja, wer sich noch erinnern kann, ich habe das Ganze nicht nur besprochen, hi, ich bin der Dom, sondern auch zumindest im Staffel-Recap vor zwei Jahren war der Sven dabei. Moinsen. Holmelia, Nare, Orko. Hallo zusammen. Äh, war das jetzt eine Mischung aus Pfälzisch, Orkisch und Elbisch? Und Elbisch, ja. Es heißt, dein Geruch ist wie ein Ork. Aha, okay. Okay. Da kann ich dir nur entgegnen, du stinkst nach faulen Blättern. Ja, das musst du dann aber schon bitte ins Elbische oder sowas übersetzen und nicht einfach nur sagen, das ist nämlich Buh. Ach, okay. Das ist so wie Spiegel. Aber das haben sie in der Serie gemacht, lustigerweise. Oh. Also, das hat, äh, ich, ich zitiere nur das sprachliche Niveau der Serie. Und es war auch nicht irgendwie subtitled auf Elbisch, sondern einfach ziemlich plump. Naja. Äh, so plump wie die Anmoderation. Ja, Mensch. Zwei Jahre ist das schon wieder her, dass wir ja sehr ausführliche Recaps gemacht haben. Da warst du ja, glaube ich, gar nicht dabei. Wir hatten am Anfang Gäste. Und dann habe ich das eigentlich nur noch mit Lasse im, äh, Duett gemacht. Dieses Mal wird es ein bisschen anders sein. Also, zumindest bist du eingeplant, weil Lasse zwischendurch eine ganze Zeit lang im Urlaub sein wird. Aber ich glaube, ich war bei zwei Folgen auf jeden Fall dabei. Nee, das war House of the Dragon wahrscheinlich. Das, äh, könntest du durcheinander werfen. Okay. Aber, ja. Daher kennen ja dich, äh, auf jeden Fall viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch. Du kannst dich aber auch gerne noch mal so ein bisschen ins Profil rücken, was so Herr der Ringe, Rings of Power etc. angeht, Sven. Also, ich bin ein großer Fan. Ich bin ein sehr großer, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Original-Triologie gesehen habe. Also, ich kann zumindest mal für dieses Jahr sagen, habe ich sie schon dreimal gesehen und zwar komplett. Ja. Ja, im Dezember zweimal. Sie lief auf, sie lief auf einem Streaming-Dienst und ich dachte, oh, die Extended, ach komm, da machst du nichts falsch, bevor du jetzt irgendwie dumm rumsäppst und bleibst hängen. Also, ich bin ein großer Fan. Ich habe auch verschiedene Bücher gelesen. Ich kann sie jetzt zwar auch nicht auswendig, aber zumindestens habe ich sie gelesen. Ich hatte mich auf die Serie bei Ankündigung natürlich auch riesig gefreut. Hatte aber auch schon diesen Beigeschmack von wegen, Tolkiens Erben haben nicht alles freigegeben, sondern nur gewisse Bruchstücke und sie machen was Eigenes draus. Ja, das war so der Stachel, der mich dann als mal so zwischendrin auch ein klein bisschen gepikst hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich war trotz der ganzen Kritik und das habe ich jetzt gerade so im Rewatch der letzten drei Folgen, die ich mir als Vorbereitung nochmal angeguckt habe, auch gesehen. Ich habe trotzdem meinen Spaß dabei. Ja, ich habe Stichwort Rewatch, den habe ich jetzt letztens auch gemacht, tatsächlich von der ganzen Serie, also von der ersten Staffel. Ja, war durchaus bemerkenswert, weil so im Großen und Ganzen in der ersten Hälfte hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Also ich weiß noch, dass der Anfang für mich nur so okay war und dann gab es so bis Folge 4, die für mich so die beste war bislang, gab es so einen leichten Aufwärtsqualitätstrend. Ja, und dann geriet das leider so mit Folge 5 doch sehr in Stocken. 6, 7, 8, ja, da ging es dann echt so langsam bergab. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt auf die zweite Staffel, ja, ich habe eher so mittlere Erwartungen. Also ich habe jetzt auch wirklich festgestellt, die Serie wächst bei mir wirklich absolut gar nicht. Und die Sachen, die ich schon vorher weniger gelungen fand, die fallen bei mir so in Teilen manchmal ins Bodenlose. Also du hast jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt, weil ich meine, es ist jetzt immerhin zwei Jahre her. Du hast sie wahrscheinlich zwischendurch auch nicht nochmal geguckt, ne? Nee, komischerweise nicht. Und das war was, wo ich auch bei den letzten drei Folgen gedacht habe, eigentlich könnte ich ja echt nochmal von vorne anfangen. Aber das wäre jetzt alles zu viel und deswegen dachte ich, okay, gut, bleibst du bei drei. Ja, die Serie ist auch nicht gerade kurzweilig, ne? Das muss man, das muss man sagen. Also wirklich jede Folge ging irgendwie so 70 Minuten. Und die Abspände sind ja auch so 5, 6 Minuten. Also es ist wirklich bald schon wie bei einem Kinofilm. Ja, ich meine, die Serie ist ja auch bemüht, fast schon eigentlich wie Kino auszusehen. Also das merkst du ja schon an diesem 16 zu 9 Widescreen-Format, was du ja an der Serienlandschaft eigentlich so nie hast. Und das ist mir jetzt auch einfach nochmal aufgegangen. Ich glaube, diese Serie ist, die ist geradezu zu sehr versessen darauf, wie Kino zu wirken. Also insbesondere in der sechsten Folge, ja, das war spektakulär da, was sie da gemacht haben. Aber ja, es ist bei mir so ein bisschen verpufft. Und ich muss auch sagen, ich fand jetzt auch diese Schlacht, ehrlich gesagt, also war das wirklich eine Schlacht? Das war eigentlich eher ein Scharmützel um ein paar Hütten. Oder wie hattest du das im Gedächtnis? Und wie ist es jetzt so nochmal beim zweiten Mal für dich gewesen? Ja, eigentlich ist es tatsächlich nur ein Angriff auf ein kleines Dorf. Und ja, es stimmt schon, als ich es nochmal gesehen habe, dachte ich, ich fand trotzdem, ich habe das, glaube ich, auch damals in dem Cast noch gesagt, auch gut, dass die Oryx jetzt auch endlich und die Orks auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Gefahr ausströmen. Die sind fies und verkommen nicht so zu Minions des Tolkien-Universums, wie sie teilweise in den Filmen dargestellt werden. Die sind schon noch bedrohlich, die Urux auch. Und die Orks, ja, aber halt so diese Sprüche, die sie dann halt so bringen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Das hast du hier halt nicht so. Und ich bin tatsächlich auch ein ziemlich großer Arda-Fan. Ja, ich auch. Ich finde den Charakter sehr, sehr interessant und bin auch echt gespannt, wie das in der zweiten Staffel weitergeht. Gerade so im Hinblick auf seinen Herrscher, den er ja eigentlich gar nicht anerkennt, sondern sagt, er ist der Meister von, also der Herr von Mordor. Und das könnte noch echt, je nachdem, wie es geschrieben ist, klar, ein tolles, es hat ein tolles Konfliktpotenzial. Und ja, wie gesagt, also ich finde den Charakter toll. Ich will mehr wissen über ihn und hoffe, dass in der zweiten auch ein bisschen mehr auf ihn eingehen. Das ist aber auch schon ein guter Anknüpfungspunkt, um auch so ein bisschen in Richtung Staffel 2 zu blicken. Denn Arda wird uns zwar erhalten bleiben, aber in neuerer oder in anderer Form. Denn der Schauspieler Joseph Maul, der den ja in der ersten Staffel verkörpert hat und den man vorher zum Beispiel aus Game of Thrones kannte als Benjen Stark von der Nachtwache, wo er ja nicht wirklich viel zu tun hat, der ist ja abgesprungen aus der Serie. Also da hatte ich auch noch mal jetzt so nachgeguckt und auch mit dem Kollegen Lasse schöne Grüße hin und her geschrieben. Es ist schon auffällig, also nicht nur, dass der ohne wirklich Angabe von Gründen einfach raus ist aus der Serie, sondern der hat auch bei der ersten Staffel nicht mal wirklich an der Promotour oder der ganzen Promotion teilgenommen. Als ob der wirklich überhaupt nichts mehr damit zu tun haben wollen würde. Und ersetzt wird er ja jetzt durch Sam Hazeldyne, den ich jetzt, also da hatte ich noch nicht geguckt, was der zum Beispiel so gemacht hat, aber hattest du das jetzt eigentlich noch so auf dem Schirm, weil es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her oder weil so aus den Trailern geht es gar nicht mal so sehr hervor, dass es jetzt ein anderer Schauspieler ist, ne? Du siehst es auch kaum. Also ich hatte das im Hinterkopf, dass der nach der ersten Staffel aus keinen Gründen, zumindestens mal keinen offiziellen irgendwie ausgestiegen ist und sich dann da sang- und klanglos davon verabschiedet hat. Und als ich den Trailer gesehen habe, ist es mir wieder so, ah, okay, gut, die hatten ja einen neuen und guckst du hin und denkst, also wirklich eine Veränderung sehe ich jetzt nicht, dass das jemand Neues ist. Müsste man aber dann halt in der zweiten Staffel, wirst du es wahrscheinlich dann eher sehen. Aber die haben das schon ganz gut hinbekommen, dass der dem schon sehr ähnlich sieht. Ja gut, ich meine, der ist natürlich auch sehr aufgemacht. Ja, ja, klar, das will ich aber trotzdem. Wirklich erkannt. Ich hab das Gefühl, dass er vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr auf, ja, ein bisschen mehr auf Monster getrimmt ist vom Make-up her, so ein klein wenig oder irgendwie so ein bisschen Org-mäßiger. Aber warten wir mal ab. Dazu kann man noch nicht großartig was sagen. Du hast ja schon angesprochen, also Ada, da kann ich mich dir anschließen. Das ist nach wie vor mit das Beste an der gesamten Serie, inklusive die Orcs. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich hab auch wirklich jetzt im Rewatch festgestellt, dass Joseph Maul, ich meine, der hat gar nicht so viele Auftritte. Aber immer wenn der da ist oder schon in der allerersten Szene, und ich glaub, der kommt ja erst so in der vierten Folge der ersten Staffel, der hat direkt eine Präsenz. Der wirkt direkt sehr, ja, sehr, sehr, sehr mysteriös. Und zugleich ist er aber auch irgendwie eine ambivalente Figur. Er ist jetzt kein Sauron, wo man das Gefühl hat, ja gut, der ist jetzt einfach nur böse, weil er böse ist. Was ja mitnichten der Fall ist eigentlich. Das wollen sie ja auch noch ein bisschen ausstaffieren, auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Aber, also da hab ich gemerkt, dass das es nach wie vor gut gealtert hat. Ich bin nur halt dann, ja, als ich das dann halt gehört hatte, dass ausgerechnet der jetzt neu gecastet wird, dachte ich mir so, oh wow, ihr habt mit das Beste an Staffel 1, muss jetzt auch noch irgendwie einen potenziellen Dämpfer zumindest kriegen. Aber warten wir mal ab, wie der neue Darsteller sich schlägt. Ich hab jetzt hier auch mal geguckt, der war unter anderem auch schon in The Witcher vertreten. Oder zuletzt auch in der Apple-Serie Masters of the Air, die du, glaub ich, sogar gesehen hast, ne? Hm, ja, aber da war das Problem, dass alle Darsteller irgendwie halt gleich aussahen mit demselben Bürsten, mit demselben Schnauzer. Und dann kannst du halt nicht, also ich konnte sie da teilweise nicht auseinanderhalten. Ja, wir haben ja noch wirklich einige andere Neuzugänge, die man auch schon so in den Trailern gesehen hat. Allen voran wird ein großer Fanliebling der Tolkien-Gemeinde hier sein, ja, Realfilm- oder Realserien-Debüt feiern. Nämlich niemand Geringeres als Tom Bombadil, gespielt von Rory Kinnear. Den dürfte man vielleicht kennen aus dem vorletzten Alex Garland-Film Man. Oder aber auch als irgendwie Assistent von Judi Dench aus den neueren Bond-Filmen tatsächlich. Der wird in diese ikonische Rolle schlüpfen. Man sieht ihn ja auch schon im Trailer. Ich muss sagen, also Rory Kinnear wird das bestimmt gut machen. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was Tom Bombadil in dieser Serie angeht. Wie geht's dir da? Ich bin kein Tom Bombadil-Fan. Ich weiß, was für eine Bedeutung Tom Bombadil hat. Ja. Aber zumindest im Buch nervt er mich. Der nervt mich ohne Ende mit seinem Rumgehampel. Und das, ich hab, als sie gesagt haben, er taucht auf, dachte ich noch, aber bitte, bitte mach da draus jetzt kein, keine Art von Jim Carrey, der dann durch die Gegend, durch seinen Weltlein hüpft. Und alles ist gut und alles ist toll und Bombadil und Bombadil da halt da. Und als ich es dann im Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, warten wir ab. Ich will das eng Produkt sehen, bevor ich die Messer wetze. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, es ist für den, wer auch immer der Zauberer jetzt sein soll. Oh Gott, ja, ja. Glaube ich auch, könnte das durchaus interessant werden. Ich bin bei dem Charakter, bin ich tatsächlich wie gespalten. Wie gesagt, im Buch mag ich ihn überhaupt nicht. Gucken wir, was sie jetzt draus machen. Ja, also was sie draus machen, also von den Trailern her und auch, was man sich so bisher so vom Material so zusammenreiben kann, der wird allenfalls, glaube ich, eine Stichwortrolle haben. Oder der wird eine Art Mentorfigur sein für, ich nenne ihn mittlerweile liebevoll Scamdalf. Also den Fremden. Also dafür wird der, glaube ich, in erster Linie hergenommen. Aber du hast schon nicht Unrecht. Also vor allem auch in den Büchern oder im Buch. Ja gut, es gibt ja noch die Abenteuer des Tom Bombadil. Das habe ich aber nicht gelesen von Tolkien. Das habe ich auch nicht gelesen. Das spare ich mir auch. Da kann man dann eher auf den YouTube-Kanal von Mythen aus Westernis schauen, mit denen wir ja damals ein kleines Crossover hatten. Und vielleicht bahnt sich da dieses Jahr auch wieder was an. Seid gespannt. Und liebe Grüße an den Maurice auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße. Ach ja, da warst du auch damals bei. Schön war es, wirklich. Ja, danke. Hack nur noch weiter drauf rum. Ich kann nicht, ob du da dabei warst. Doch, war ich dabei, verdammt. Ja, du hast auch gedacht, du warst bei den normalen Recaps dabei. Und das warst du definitiv nicht, Sven. Das war ja damals auch alles parallel. Und ich muss sagen, also unabhängig jetzt, wie ich zu Rings of Power stehe. Aber ich bin so was von froh, dass das nicht parallel dieses Jahr mit House of the Dragon ist. Weil das war vor zwei Jahren wirklich eine Grenzerfahrung, sage ich mal. Und dieses Jahr wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Allein schon bei den Laufzeiten der Podcasts teilweise. Und dann vielleicht noch, atmen wir mal noch in zwei Stunden Rings of Power hinterher. Ja, lass uns aber noch mal kurz bei Tom Bombadil bleiben. Also, du meintest ja gerade schon, du bist jetzt nicht der größte Fan von dem. Ich habe jetzt an sich nicht jetzt die Riesenprobleme mit der Figur. Aber es gibt halt schon einen Grund, warum Peter Jackson den aus Die Gefährten damals rausgestrichen hat. Weil er eigentlich ein Bremsklotz für die Handlung ist. Weil da steht eigentlich der ganze Plot still. Und dann wird auch noch der Ring irgendwie völlig, also dem Witt in den Händen von Bombadil eigentlich jegliche Macht und Bedeutungsschwere genommen. Also, das ist regelrecht antiklimatisch. Und da merkst du auch, ja, Tolkien wollte nicht so wirklich raus aus dem Auenland. Und hat sich dann auch noch mal Zeit gelassen mit dem Alten Wald und Tom Bombadil. Und dann Hügelgräberhöhen und die ganze Scheiße. Und ja, das zieht sich im Buch. Und Peter Jackson war schon klug, das tatsächlich rauszuschneiden. Ich weiß, es gibt Tolkien-Puristen da draußen, die wünschen sich das bis heute. Und sind dann jetzt auch gespannt, was hier gemacht wird. Aber hier wird auf jeden Fall nicht dasselbe passieren. Denn Tom Bombadil wird hier, für alle, die es noch nicht wissen, anscheinend in eine Wüste verfrachtet. Was schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil man weiß ja als Tolkien-Kenner, Tom Bombadil ist ja mit das mächtigste Wesen in Mittelerde. Wenn nicht sogar das mächtigste überhaupt. Aber nur auf seinem Landstrich und innerhalb seiner Blase. Und ja, wie das dann in der Wüste funktionieren wird, ich bin gespannt. Wüste, wenn sich jetzt Leute vielleicht am Kopf kratzen. Wir erinnern uns ja, am Ende der ersten Staffel begeben sich ja Nori und der Fremde nach Ruhn. Das ist ja ein Setting, was wir bislang noch gar nicht gesehen haben. Und was in den Trailern gar nicht mal so sehr gezeigt wird. Also du hast da höchstens zwar so Greiter mit Masken. Aber ansonsten hüllen sie sich da relativ in Schweigen. Und ich finde es auch bemerkenswert, wenn du es mal vergleichst mit dem Marketing von vor zwei Jahren, wie wenig hier die Haarfüße vorkommen bisher, ne? Stimmt eigentlich, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich wahrscheinlich die Story jetzt wirklich halt nur noch um Nori dreht und der Rest vielleicht irgendwann bei einer großen Zusammenkunft oder sowas mal wieder sieht. Aber ich glaube, der Rest fällt jetzt hinten runter, weil er nicht mehr relevant ist. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Du meinst jetzt die anderen Haarfüße? Die anderen Haarfüße, genau, ja. Genau, ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil ich hatte riesige Schwierigkeiten irgendwann mit den Haarfüßen. Also ich habe die irgendwann wirklich regelrecht schon verabscheut. Und das kann ich jetzt hier nicht ausfüllen. Man darf gerne in die Recaps reinhören. Aber ich bin sehr froh, dass die nicht mehr dabei sind. Und umso mehr ist es dann ein Dämpfer, ja, dass wir neue Hobbits kriegen werden. Diesmal keine Haarfüße, sondern Starren werden uns hier erwarten. Starren. Man muss ja dazu wissen, die Hobbits setzen sich ja aus, ich glaube, drei Sippschaften zusammen. Die Starren, die Haarfüße und die Pfahlhäute. Und die Starren sind auch diejenigen, welchen von denen Gollum abstammt. Also das sind seine direkten Vorfahren. Und bei denen heißt es selbst dann noch im Auenland, dass die eine Affinität zu Wasser haben. Also viele von denen können auch schwimmen und die machen mit Booten auf dem Brandywine-Fluss herum etc. Ja, und die hat man jetzt ebenfalls in die Wüste verfrachtet anscheinend. Also eine etwas merkwürdige Entscheidung oder ausgerechnet das Hobbit-Völkchen, was eine Affinität zu Wasser hat, ja, in eine Wüste zu stopfen. Vielleicht werden sie aber auch erst zu ihrem Ort hingeführt. Kann ja auch sein. Ja, es sind ja so Proto-Hobbits. Das sind Vorfahren, ja, eben. Ja, 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 also, ja gut, ich hab, ich mein ... Du musst jetzt ja gleich alles schlecht machen. Nee, aber du erinnerst dich, generell schon bräuchte ich keine Hobbits eigentlich in der ganzen Serie. Und dann haben sie mir die, die halt auch noch da waren, vergrätzt mit Sachen, die ich schon, so hier Stichwort Wanderbann und so weiter, die ich schon ideologisch fragwürdig bis wirklich bedenklich finde. Aber wie gesagt, gerne in die Besprechungen reinhören. Ja, man wird sehen, was dabei rumkommt. Ansonsten, ja, was haben wir noch an Neuheiten in den Trailern? Endfrauen wurden auf jeden Fall schon angedeutet. Da bin ich zumindest gespannt, was das angeht. Und dann kann man da aber schon mal Entwarnung geben beziehungsweise nicht unbedingt Entwarnung, sondern eher anmerken, dass noch eine Figur aus der ersten Staffel, ja, komplett wegfallen wird. Hast du das schon mitbekommen? Eine Figur hast du, nee. Also es gab ja den Handlungsstrang in den sogenannten Südlanden, die ja jetzt nicht mehr existieren, weil sie jetzt Mordor sind. Oh Gott, da habe ich auch wieder so die Augen verdreht, als dieser Schriftzug kam, er ist Südlande und das mofft sich dann zum Mordor. Das fand ich einfach nur furchtbar damals. Und heute auch noch. Aber eine Figur wird tatsächlich wegfallen aus den Südlanden und zwar Bronwyn, also diese Heilerin, gespielt von Nazanin Botanyadi. Die wird in der Staffel überhaupt nicht mehr auftauchen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf die Rolle hatte oder sonst was, sondern die Dame hat anscheinend ihre Schauspielkarriere, die ja auch vorher durchaus, also die hatte man durchaus schon mal irgendwo gesehen. Die ist ja gebürtig aus dem Iran. Und das ist auch der Grund, warum die jetzt tatsächlich ihre Karriere an den Nagel hängt, denn die will sich im Iran offenbar verstärkt für Frauenrechte einsetzen, etc. Von den USA aus, wo sie ja lebt. Und ja, ich glaube, der kann man nur alles Gute wünschen. Ja, auf jeden Fall schade. Ich mochte das. Okay, also sagen wir es mal so, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten Theo rausgestrichen, weil den ist eigentlich auch wirklich nicht mehr. Der ist leider noch dabei. Also der, der ist wahrscheinlich, ja, das dachte ich mir noch, wegen dem Mahl durch das Schwert, was er da hat, kann man den eigentlich nicht hinten runterfallen lassen. Aber sie hat mir gut gefallen. Ich fand auch so, ich fand es beim Rewatch auch immer toll, dass sie so am Ende auch mal die Resultate einer Schlacht gezeigt haben, wo sie dann auch durchs Lazarett gehen, wo Theo auch seine Mutter sucht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich mochte sie als Charakter ziemlich gut. Die haben eigentlich eine schöne, was heißt die haben eigentlich, die haben ein schönes Trio gebildet. Ja, so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Es wurde dann ja am Ende der ersten Staffel auch angedeutet, dass die, also dass sie, Aaron, dir und ihr Sohn Theo, was immer noch der unpassendste Mittelerdename ever ist, dass die jetzt irgendwie zu so einem Hafen gehen wollen, also Pelagie, und dass die da irgendwie leben wollen. Ich muss aber hier bei dem Lazarett gleich mal einhaken, weil die Szene fand ich leider echt schlecht. Weil da ist mir wirklich noch mal aufgegangen, also jetzt sowohl im Rewatch als auch damals, dass da wirklich absolut keine Konsequenz ist. Also Bronwyn, die liegt da schon während der Schlacht halbtot auf dem Tisch und soll dann noch geköpft werden mit zwei riesigen Fleischwunden. und die erholt sich A, viel zu schnell davon und B, in diesem Lazarett, also wirklich, da sind zigtausend gesichtslose Komparsen, was auch immer, denen wurde richtig übel mitgespielt. Also da ist einmal sogar wirklich einer zu sehen, der sein ganzes Bein verloren hat. Und von den Hauptfiguren oder zumindest den Sprechrollen ist wirklich bis auf eine einzige nahezu keiner irgendwie gezeichnet worden von dieser ganzen Nummer. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Naja, aber wenn man es mal genau nimmt, ist es bei Herr der Ringe nicht anders. Oder hast du Gimli verletzt gesehen? Hast du Legolas verletzt gesehen? Aragorn überlebt auch alles. Ja, natürlich. Ja, ein Sturz von sonst irgendwo. Zieht sich am, wird dann vom Pferd hochgezogen und reitet was weiß ich wie lange ohne Essen, Trinken, durch alle möglichen Wüstendinge. Und steigt dann ab, sagt, jetzt bin ich wieder da, alles klar, los geht's, wir kämpfen um Helms Klamm. Also mit Realismus, glaube ich, bist du hier wirklich falsch. Nee, das hat nichts mit Realismus zu tun, sondern einfach damit, dass ich das Gefühl habe, dass hier irgendwie keine Opfer wirklich gebracht wurden. Und ganz ehrlich, also klar, ja, es sind durchaus valide Punkte, die du da nennst. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Bronwyn ist nicht so eine wichtige Figur wie Aragorn. Und die hätte man eigentlich, ja gut, die konnten damals natürlich nicht wissen, dass die jetzt komplett erst mal aus dem Schauspiel-Business sich verabschiedet, das konnten sie nicht wissen. Aber hätten sie das damals gewusst, hätten sie die da auch sterben lassen können. Ganz ehrlich, also irgendwie müssen auch mal Opfer gebracht werden. Und meine Fresse, da ist ein ganzer Vulkan hochgegangen. Und die einzigen, die sterben, sind Figuren, deren Namen wir gerade mal gehört haben oder die, die nicht mal Namen haben. Also das ist, es ist einfach schwach. Dann kannst du aber, sorry, es ist genau dasselbe mit, das kannst du genauso auf die anderen Charaktere münzen. Also die Hobbits, auch die, sagen wir mal, eher unwichtigeren, in Anführungsstrichen, sind auch in allen möglichen Schlachten, wo sonst irgendwas, und haben auch kaum Kratzer. Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, Mary geht ja fast drauf, als er sich mit dem Hexenkönig anlegt, beispielsweise. Ja, aber siehst du da irgendwie, hat er da irgendwelche Verletzungen, was weiß ich, ist es jetzt nur noch der einarmige Mary oder Pippin? Nee, der ist dann ja behandelt worden. Aber hier ist das ja wirklich, also ich sag ja nicht, dass die alle sterben sollten. So hört sich das an. Aber das wirklich keiner, ich meine, Aaron, dir sieht in diesem Lazarett aus, als wäre er mal eben unter der Dusche gewesen. Also das ist mir jetzt einfach im Rewatch auch noch mal aufgefallen. Diese Serie ist in der Hinsicht seicht, wenn es um Hauptcharaktere geht und die zu schonen, wie auch immer. Und alles andere, was irgendwie Wegwerffiguren und Statisten angeht, die werden brutalst massakriert in dieser Serie. Das hast du doch überall. Ja, aber das macht es nicht besser, Sven. Könnte man ja hier genau den Unterschied machen. Und letzten Endes ist das halt nur, weiß ich nicht, ach ja, wir wollen uns nicht von diesen Figuren trennen. Und dann, weil ganz ehrlich, Theo hätte von mir aus auch sterben können. Oder also zumindest seine Mutter hätte sterben können. Es hätte dann für ihn auch vielleicht noch mal eine interessante Entwicklung gegeben. Aber nein, gar nichts. Und dann, es sind auch wirklich so teilweise wirklich dumme, dumme, dumme Plotgeschichten in der ersten Staffel. Und die hat mir das leider auch zum Ende hin immer weiter vergrätzt. Und da sind auch viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die das für die zweite Staffel auch nicht mehr irgendwie gefixt kriegen. Was sie ja durchaus vorhaben. Denn man sollte anmerken, Amazon hat tatsächlich nach der ersten Staffel vollumfängliche Surveys, also Umfragen online und so weiter, gestartet zur ersten Staffel. und so sich wohl auch sehr, sehr viel Feedback angenommen. Ich bin, ich sage nur, bei Theo sind wir uns einig, beim Rest nicht. Ja, Theo ist furchtbar. Nein, es ist, aber ja, ich verstehe das schon. Ich finde auch gut, dass sie sich der Kritik angenommen haben. Aber was ich halt immer so lese, ist, wo ich mir denke, Leute, die haben einfach nicht den Zugang zu den Büchern. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass wirklich diese Tolkien-Erben mit Argus-Augen auf alles schauen, was sich im Tolkien-Universum bewegt und mit Klagen und sonst irgendwas nicht hinterm Berg zurückhalten. Natürlich kann man gewisse Sachen kritisieren und sagen, ey, die zeitlichen Abfolgen, das hätte der vielleicht ein bisschen anders da machen können. Oh ja. Kann ich verstehen. Bin ich absolut, ne? Und gewisse andere Änderungen, wo man sagt, okay, ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders da gemacht. Man selber weiß es natürlich immer besser. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß mit und freue mich jetzt auch so auf die neuen Charaktere, die jetzt in Staffel 2 kommen. Und sie haben jetzt auch gesagt, sie machen es düsterer und alles. Das ist genau mein Metier. Ich hätte es gern düsterer, nicht unbedingt brutaler. Die Gewalt ist okay. Die ist ganz schön deftig teilweise. Da wird geköpft, da fließt Blut. Das ist alles in Ordnung. Ja. Ja, bloß dieses Gemecker. Und sind wir auch ehrlich, das meiste Gemecker geht doch immer nur auf Kosten von Da rennt ein schwarzer Elf rum. Ja, also es kommt schon ganz oft, dass es dann ... Ich habe es jetzt schon wieder gelesen, als der letzte Trailer rauskam, und da waren Kommentare unten drunter, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und habe gesagt, ist doch scheißegal. Herrgott, es ist eine Fantasy-Welt. Es gibt keine scheiß Elfen. Und es gibt auch keine Ends oder sonst irgendwas. Ja. Dann lasst die doch so sein, wie sie sind. Wenn es euch stört, guckt es euch nicht an. Das ist ... Also für mich ist das eigentlich ... Was mich daran höchstens stört, ist die Umsetzung. Also ich habe kein Problem an sich mit dem Diversity-Aspekt, sondern eben, wie man es umgesetzt hat. Also zum Beispiel, dass man dieser nicht wirklich eine Geschichte gibt. Man setzt die einfach dahin. Wir sollen das schlucken, dass die komplett anders aussieht als alle anderen, weil ist jetzt so. Und das hat dann auch in meinen Augen eigentlich auch nichts mit Rassismus oder sonst was zu tun, wenn man der einfach mal ein bisschen mehr Substanz geben könnte. Also man könnte ja einfach sagen, weiß ich nicht, Durin hat die geheiratet, die kommt eigentlich von einem anderen irgendwie Zwergenclan aus dem Süden oder sonst wo. Und deshalb sieht die anders aus. Und deshalb sehen auch alle um sie herum anders aus, weil sie eben Teile ihres Hofstaats oder was auch immer mit nach Khazad-Um gebracht hat, um dort mit Durin zu leben. Das würde dem Ganzen auch halt Worldbuilding geben, weißt du? Dann wüsstest du, oh, da gibt es noch andere Zwerge und vielleicht, weiß ich nicht, dann kann ja auch einer der anderen Zwergenfürsten, kann ja theoretisch auch ihr Vater sein oder so. Na, das ist Worldbuilding. Und bisher, muss man ganz ehrlich sagen, tun sie da nicht sonderlich viel. Also die Zwerge bestehen bislang eigentlich nur aus Khazad-Um. Und Khazad-Um besteht auch vielleicht aus, sammeln mal 20 Zwergen, wenn es hochkommt. Ja, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Also zumindestens mal mit, also dieser braucht auf jeden Fall eine ordentliche Background-Story hinterher, weil es auch ein toller Charakter ist. Die mochte ich auch sehr gerne. Die zwei harmonieren. Oder die drei zusammen, das macht wirklich sau viel Spaß, denen zuzumachen, zuzuschauen. Ja. Da habe ich auch echt weiterhin Bock drauf. Und ich hoffe auch, dass sie mehr Substanz bekommt. Ja, und wer auch dringend mehr Substanz bekommen müsste, in meinen Augen, ist Aron Dier. Den finde ich als Figur wahnsinnig dröge nach wie vor. Und ist dann auch, also ist wirklich absolut nichts gegen den Schauspieler. Aber ja, indem man dann halt eine Figur schreibt, die so substanzlos ist und letzten Endes einfach nur Legolas in der Diversity-Version, dann ist sowas halt dann auch eine dankbare Vorlage leider für Rassisten, muss man leider sagen. Weil die können dann herkommen und sagen, oh, guck doch mal, da geht es nur um die woke Propaganda und es ist ja gar keine richtige Figur. Finde ich definitiv nicht. Was ich da wirklich, und das ist wie bei dieser auch, der braucht ein bisschen mehr Story. Der wirkt schon ein bisschen langweilig. Das stimmt. Der ist sehr langweilig. Der braucht ein bisschen mehr. Ja. Ja, der braucht mehr zu tun. Du musst dich ein bisschen mehr in den hineinversetzen. Aber das Ganze halt dann irgendwie so auf die Hautfarbe zu begrenzen. Nein, das auch nicht. Um nicht zu sagen, geht es bloß. Aber so hört es sich halt teilweise an. So hört es sich halt teilweise an. Aber ist mir egal. Also, um darauf nochmal zurückzukommen. Also, du hast natürlich nicht Unrecht. Natürlich gibt es auch immer noch rechtspopulistische Hetze dagegen. Die gibt es aber heutzutage bei jeder zweiten Sache, hat man das Gefühl. Ich will auf keinen Fall behaupten, dass das nicht mehr irgendwie damit hineinspielt. Aber es gibt halt auch mehr als genug valide Kritik da dran. Also, ich merke das auch wirklich so mit den Jahren. Ich störe mich überhaupt nicht an Diversity oder sonst was. Und auch an den guten Vorsätzen dabei. Sondern einfach, wie es umgesetzt ist. Die Schwäche ist da eher bei der Story allgemein. Dass man da halt ein bisschen mehr mit einarbeitet. Was du ja schon gesagt hast. Dass die ein bisschen mehr Background haben. Dass du dich dann natürlich auch viel mehr mit den Charakteren identifizieren, mitfühlen kannst. Das stimmt ja, definitiv. Aber mal eine andere Frage. Bist du eigentlich bereit für viermal Charlotte Brandströms Wendy Galadriel Slow-Motion-Action? Äh, ja. Auf dem Gau. Ja, die ist gar nicht von Charlotte Brandström. Nett? Och nein. Aber da sprichst du schon was Gutes an. Weil wir können jetzt noch mal wirklich dann dezidierter in Richtung Staffel 2 gucken. Denn ja, Galadriel ist natürlich auch wieder dabei. Aber der Regisseur, der das in meinen Augen verbockt hat, ist nicht mehr dabei. Nämlich Wayne Shee-Jip. Der hat zuletzt auch, ich glaube, das Finale der Fallout-Serie für Amazon hat er zuletzt auch gemacht. Bei der ersten Staffel hat er vier Folgen inszeniert. Das heißt, die Hälfte der Staffel. Und an seine Stelle tritt jetzt eben Charlotte Brandström, die in der ersten Staffel die sechste und siebte Folge inszeniert hat. Mit deren Schreibe ich jeweils ein Problem hatte. Aber die Inszenierung fand ich echt gut. Das ist auch eine sehr, sehr erfahrene und versierte TV-Regisseurin. Also die hat für Witcher gedreht. Die hat, ich glaube, wir hatten die auch zusammen besprochen, ne? Diese Serie hier, The Consultant, glaube ich, mit Christoph Waltz. Irgendwie Anfang letzten Jahres. Da hat sie auch dran mitgewerkelt. Und zuletzt auch an Shogun, was du auch mitbesprochen hast. Sehr gerne reinhören. Also da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass die Dame jetzt hier wirklich das Steuer übernommen hat. Also es fällt nämlich auch auf, die ist nicht nur einfach Regisseurin, sondern wirklich auch Co-Executive-Producerin. Und dazu kommt auch noch, dass die ... Ich meine, es war kurz nach dem Jahreswechsel, hatte die ein Interview gegeben, also jetzt hier Anfang 2024, wo sie erzählt hat, dass sie sich über Weihnachten hinweg den Roßschnitt aller acht Episoden angesehen hat. Und da merkst du schon, die ist hier federführend. Also für mich klingt es fast schon, als wäre die eine Art Co-Showrunnerin. Und das macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Oder wie siehst du das? Absolut, aber ich dachte, sie hätte die Pferde, wenn die Slowmotion reingeführt. Nein. Okay. Nein. Verdammt. Nein, nein. Also ja, gut, in der Schlacht da vielleicht auch ein paar Faxen von Galadriel, aber Slowmotion war da nahezu gar nicht vertreten. Immer wenn es Slowmotion gibt, dann ist es eigentlich in 90 von 100 Fällen Wayne-Jib gewesen. Und ich bin wirklich froh, dass der Mann sich jetzt anderen Aufgaben widmet. Ansonsten haben wir auf dem Regiestuhl noch zwei andere Damen. Also es ist diesmal wirklich komplett weibliche Regie. Ja, gut, abwarten, was dabei rumkommt. Also die können ja durchaus was abliefern. Man muss ja sagen, von den Trailern her, macht es schon den, als würden sie auch so von, also wir hatten es ja gerade eben schon erwähnt, manche Figuren tauchen gar nicht mehr so sehr auf. Und es geht ja auch schon so durch den Äther, dass Galadriel auch nicht mehr die Hauptfigur der zweiten Staffel sein wird, sondern Celebrimbor. Ja, und da muss ich sagen, das finde ich auch zumindest interessant, weil mit Galadriel hatte ich wirklich extrem große Probleme, wie du dich vielleicht erinnern wirst. Ja, ist nöt. Okay. Kurz und knapp. Gar nicht, wirklich überhaupt nicht, weil da gibt es ja schon wirklich auch viel Kritik dran, sei es der Schauspiel oder wie die Rolle halt geschrieben ist. Ja, so zwischendrin. So am Anfang, also so, ich glaube, in Folge drei ging sie mir schon ein bisschen auf die Nerven. Und ja, die Wendy Slow Motion hätte ich auch nicht gebraucht, fand ich auch eher nervig und auch ein bisschen deplatziert. Die ist furchtbar. Die ist wirklich furchtbar. Ich kann es nur immer wieder sagen, als wenn Zack Snyder Ostwind inszenieren würde. So sieht das aus, wirklich. Aber ich habe mit dem Charakter tatsächlich gar nicht so arg viel Probleme. Ja, ich schon leider. Das ist halt so einer der großen Knackpunkte, den sie auch, glaube ich, in Staffel zwei nicht mehr werden gefixt kriegen. Mit jedem weiteren Trailer, und es gab ja wirklich, meine Fresse hauen die im Moment viel raus. Also es gab ja erst den normalen Teaser, der ging, glaube ich, schon über zwei Minuten. Dann gab es diesen vierminütigen Trailer von der Comic-Con und jetzt noch einen. Also gefühlt kannst du dir da auch fast schon wieder die halbe Staffel zusammenpuzzeln. Und zum Ende hin wird es wohl ordentlich auch knallen in Staffel zwei. Also die letzten beiden Folgen sind ja von Charlotte Brandstrom und es ist auch schon die Rede davon, dass wir eine Schlacht erleben werden, die sich über ganze zwei Folgen erstrecken soll dieses Mal. Ja. Und wenn Charlotte Brandstrom die inszeniert hat, man muss sagen, es sieht schon nach deutlich mehr aus als dieses Dorfscharmützel in Staffel eins, ne? Ja, wenn es sich um die Schlacht handelt, um die ich denke, die es geht, dann wird es ein, hoffe ich, optisch bombastisches Erlebnis. Also da setze ich wirklich drauf. Es gibt sowieso ein paar Sachen, die mich an der zweiten Staffel wirklich sehr, sehr reizen. Besonders auch noch einen, ich glaube, der Istari bekommt auch einen Gegenspieler, was man in den Trailern sieht. Und ich mag halt, Kiaran Heinz mag ich halt sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr geiler Schauspieler. Ja, noch jemanden, den sie von Game of Thrones hier rüber geschleust haben. Ja, der auch schon in Rom saugut war, der auch schon in Game of Thrones saugut war. Der hat einen Haufen guter Sachen gemacht. Auch wenn er nur so ein bisschen so kurz auftaucht. Ich finde, der hat eine unheimliche Präsenz und kann beide Seiten, also gut und böse, auch immer wirklich gut bedienen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich bin mal gespannt, was The Balrog abzieht. Ja. Der auch im Trailer schon in Moria, schätze ich mal, also es müsste ja Moria sein, wütet. Ich erwarte mir eigentlich sehr viel. Ich weiß jetzt schon, dass ich da sitze und denke, okay, schade, das haben sie im Trailer angedeutet und das wird wahrscheinlich nicht kommen. Es war bei Staffel 1 schon so, ne? Da war halt wirklich der Balrog Rainer Bait. Also sorry, ja. Ja, ja, klar. Ich weiß es halt nicht, ob, also dieses Mal sieht es halt wirklich aus, wenn man ein bisschen die Sau rauslässt. Ja, man muss vorsichtig sein, das Marketing, ne? Ja. Wir werden sehen, aber es gibt halt auch, es gab ja auch Andeutungen, dass eventuell Kanker auftaucht. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja, sie haben ja auch, weil du das ja vorhin auch mit der Rechtslage erwähnt hast, sie haben jetzt anscheinend auch einige Charaktere oder Elemente in Anführungsstrichen nachgekauft von den Tolkienerben. Also die Rechte daran, dass sie das benutzen dürfen, da soll auch wohl Ungoliant bei sein. Das ist ja die, äh, die Riesenspinnenvorfahren von Kanker, ne? Also, wer Kanker schon Furchteinflößend fand, soll sich mal Ungoliant, äh, ansehen. Äh, da gibt es schöne Zeichnungen online, kann man sich gerne mal betrachten und, äh, dann süße Träume haben. Ja, allerdings. Wollte eigentlich noch kurz über den Herrn der Geschenke quatschen und wollte fragen, was du davon hältst, dass sie den nicht wirklich großartig verfremdet haben, bis auf die Perücke und die Ohren. Äh, boah. Ja, da weiß ich irgendwie gar nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also, vor allem, äh, macht es eigentlich auch nicht wirklich Sinn, dass sich Kelle Brimboer darauf nochmal einlässt, weil Galadriel hat ja am Ende gesagt, ja, hier, Halbrand ist fort und wenn er nochmal auftaucht, dann darf sich auf keinen Fall irgendeiner von euch mit dem abgeben, sich auf den einlassen, was auch immer. und, äh, ja, äh, man sieht halt einfach, dass es nach wie vor Charlie Wickers mit spitzen Ohren und Perücke ist und das ist ein bisschen faul, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wie sie das plottechnisch herleiten, aber, ja, hm. Ich hab da auch so ein bisschen meine, meine Gedanken dazu gehabt, wo ich gedacht hab, ja, man hätte vielleicht tatsächlich jemand anders dann nehmen sollen, einfach auch, um es dem Publikum besser zu präsentieren. Mhm. Aber, ja, natürlich, weil man weiß, also, die Fans wissen ja, wer es ist. Ja. Aber ich glaub, die, wo einfach mit den Büchern nicht so vertraut sind oder sich nicht so viel reinlesen möchten, denen hätte, macht man es damit halt leichter, ne, zu sagen, ah, alles klar, ja, aber. Aber die anderen merken es nicht. Aber es ist halt optisch. Es sieht halt wirklich einen Blinder mit einem Krückstock, also, das hat nichts mit den Büchern zu tun, das hat nichts mit dem Kenntnis zu tun. Äh, äh, also, klar, es gibt dann immer dieses Argument, ja, die Serie, die muss ja auch Leute mitnehmen, die die, die die Jackson-Filme nicht gesehen haben zum Beispiel. Aber da spielt das ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Und, ja, ich weiß nicht, also, abwarten, wie sie es umsetzen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das ist jetzt auch gar nicht mal unbedingt was gegen diesen Charlie Wickers, den ich jetzt gar nicht mal so übel finde. Ja, er ist mir irgendwie zu sehr ein Pretty Boy, aber vielleicht soll das ja auch irgendwie, äh, der, der Gedanke dahinter sein, ne, in Hinblick auf seine Sauron-Identität. Und, ja, man wird es sehen. Äh, alles in allem, ja, äh, bin ich, ich bin so halb skeptisch bei Staffel 2 und so halb hoffnungsvoll. Wir können da übrigens noch so anmerken, weil ihr euch ja vielleicht fragt, wie das hier mit den Recaps aussehen wird. Äh, wann Sven dabei sein wird, kann man noch nicht genau sagen. Ansonsten werde ich das ja im Duo mit Lasse machen. Äh, Sven, du bist aber auf jeden Fall wahrscheinlich beim Staffel Recap dabei. Dann können wir auch wunderbar, glaube ich, den Bogen hier zu schlagen. Mhm. Und es wird folgendermaßen laufen. Ich hatte es ja schon erwähnt, äh, Amazon veröffentlicht die ersten drei Episoden, diesmal auf einen Schlag, am 29. August um 9 Uhr morgens. Unseren Podcast dazu werdet ihr wahrscheinlich, möglicherweise am Nachmittag des selben Tages, auf die Ohren bekommen, denn wir haben dieses Mal, ähnlich wie bei House of the Dragon, tatsächlich auch Screener zur Serie. Und ohne das jetzt, äh, weiter auszuführen, aber auch nicht nur zu den ersten drei Episoden. Äh, wir müssen mal schauen, wie wir das vorproduzieren, aber wir haben schon relativ viel, äh, vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank dafür an, äh, die verantwortliche Agentur, natürlich auch Amazon Studios. Und, äh, dann, äh, werden wir mal schauen. Also, die Folgen erscheinen ja immer donnerstags, jetzt nicht mehr, äh, freitags wie 2022. Und, äh, die Besprechungen werden dann, ja, wahrscheinlich an den Donnerstagen erscheinen. Eventuell, je nachdem, äh, wie wir vorproduzieren können oder nicht, vielleicht dann auch erst freitags oder so zum Wochenende hin. Aber auf jeden Fall relativ zeitnah wird das Ganze erfolgen. Ja. Dann, äh, würde ich sagen, ja, war's das hier, äh, ein kleiner Precast zum Warmwerden. Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer werdet dann aber wahrscheinlich mich und, äh, den Kollegen Lasse, ja, in der ersten Besprechung hören, in der wir dann tatsächlich auch, das lässt sich leider nicht vermeiden, wir werden, äh, in einem wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ausschweifenden Recap alle drei Folgen besprechen müssen. Also, es wird wahrscheinlich auch nicht so ganz ausführlich, wie ihr es gewohnt seid. Aber, äh, wir schaffen es nun mal nicht, drei Besprechungen in diesem, äh, Ausmaß aufzunehmen und dann noch, äh, zeitgleich zu veröffentlichen. Wir haben auch noch irgendwo sowas wie ein Leben nebenbei. Aber nur, dass ihr dann schon mal vorgewarnt seid. Und das wird dann, äh, entweder Donnerstag oder spätestens Freitag werdet ihr das auf die Ohren bekommen. Und, äh, ja, ich muss gestehen, ich freu mich ehrlich gesagt lieber auf die Podcasts als auf die Serie. Aber vielleicht wird man ja positiv überrascht. Ich kann aber auch schon mal für mich sagen, also, ich bin nach wie vor nicht der Fan der ersten Staffel. Also, die zweite, ich erwarte jetzt kein absolutes Meisterwerk von der in Relation, aber doch schon eine gewisse Steigerung. Also, sonst bin ich echt am überlegen, ob ich mir das noch weitere drei Staffeln, äh, in Anführungsstrichen, antun werde. Aber wir werden es sehen, Sven, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Ihr da draußen könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, äh, wie ihr, äh, insgesamt, äh, zu Rings of Power bisher steht. Also, auch zur ersten Staffel, was ihr von der zweiten euch erwartet. Schaut ihr es überhaupt noch? Denn, das muss man ja auch sagen, ich glaube, so Anfang 2023 kam eine Statistik raus, dass zumindest in den USA weniger als 40 Prozent derjenigen welchen, die die erste Staffel gestartet haben, sie überhaupt zu Ende geguckt haben. Und, äh, dann versteht man jetzt vielleicht auch, warum Amazon hier, ja, äh, Zuschauer, äh, reakquirieren will, sag ich mal, ne? Oder vielleicht dann auch, ja, eher Prime-Kunden. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Und, äh, Sven, du darfst dich natürlich noch verabschieden. Aber ich sage schon mal im Vorhinein, bis die Tage und Namarie. Ich bin reaktiviert, meine Morgul-Klinge ist scharf, ich hab Bock auf die zweite Staffel. Bis demnächst. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.